Ja, herzlich willkommen hier aus dem Stab für außergewöhnliche Ereignisse. Heute am Donnerstag, den 19. März 2020, verhält es sich so, dass wir zwei neue Corona-Fälle hinzubekommen haben. Insgesamt haben wir jetzt zwölf Fälle. Uns erreichen heute viele Nachfragen, was die Grenze zu den Niederlanden angeht. Diese Thematik ist dem Land bekannt, haben wir auch weitergegeben und wird nicht hier vor Ort entschieden, sondern dann auf Landesebene. Was bombastisch angelaufen ist, wofür ich sehr dankbar bin, das ist die Hilfe, die angeboten worden ist, das Formular. Hier hat es viele Rückmeldungen gegeben, auch viele, die im Pflegebereich und im medizinischen Bereich arbeiten. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht und wir sehen uns morgen wieder hier aus dem Stab.